Holy Shit Freunde, euer Flapses hier und zwar heute mit einem neuen Video und heute zeige ich euch alle geleakten Sachen des Updates 7.30. Und vertraut mir, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann macht dieses Video wieder aus und es ist richtig, richtig krass. Ich bin wieder auf meinem PC, ich hoffe das ist okay, ich dachte jetzt hier braucht man kein Gameplay und es gibt sehr viele Informationen. Diese ganzen News habe ich natürlich von Fortnite News und ich hoffe natürlich, dass ich euch hier so einige coole Sachen zeigen kann. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem allerersten Skin an und das Leute ist der aktuell Gefangene und ich muss auch schon dazu sagen, dass ich den meiner Meinung nach mega cool finde. Und ihr seht schon selber im Hintergrund, es ist eine heftige Geschichte, später soll dieses Schloss hier beispielsweise leuchten und allgemein, also ich finde der Skin sieht schon recht cool aus. Und das ist auf jeden Fall aktuell der Gefangene, der ja im Schloss drin ist. Höchstwahrscheinlich wird das auch der Woche 9 Skin, den wir dann mit den Challenges freischalten können. Wir haben auf jeden Fall dann noch diesen Charakter und zwar Kid Bash oder so was. Und da ist so eine Banane hier an der Schulter, er hat hier so ein Magnet und ich finde, dass es auf jeden Fall cool ist, ein Toaster als Gesicht. Und es sieht recht interessant aus, muss man schon ehrlich gestehen. Meiner Meinung nach ist es halt so ein Skin, den wir so bisher noch nie gesehen haben und ich finde es auf jeden Fall cool, dass Fortnite bzw. Epic Games versucht da ein bisschen Neues reinzubringen. Dann haben wir hier Sparkplug und zwar finde ich diese nette Dame richtig cool. Das Ganze kann ich euch dann nochmal hier ein bisschen näher zeigen. Also hat auch ein cooles Gesicht, ist die Headhunterin mit so einem Tattoo an der Seite und ist halt so eine Handwerkerin. Das ist auf jeden Fall mega cool. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall eines der geilsten Skins und da wird sich vor allem Gurke freuen, denn er ist so ein Headhunter-Fan. Alle Headhunter-Skins kauft er sich und ich persönlich feiere diesen Skin auch zu Tode. Werde ich mir safe gönnen. Und Leute, tut mir auf jeden Fall einen Gefallen, falls ihr euch diese Skins hier kaufen möchtet, dann könnt ihr natürlich gerne meinen Creator-Code eingeben. FRPZ-YT wäre eine mega coole Geschichte. Schauen wir doch mal weiter. Das ist hier der Honor-Skin, Leute. Und zwar bekommt man den, wenn man ein bestimmtes Handy kauft. Auf diesem muss man dann theoretisch gesehen Fortnite spielen und dann angeblich, Leute, bekommt man dann diesen Skin. Wie genau das Ganze ablaufen wird, werde ich euch dann zeigen, weil ich mir dieses Telefon bestellt habe, um es mit euch anzuschauen. Wir haben dann hier eine Spitzhacke, die überspringen wir, weil unten gibt es dann nähere Informationen. Wir haben hier den Marshmallow als Spitzhacke und ich denke mal, jeder von euch kennt den. Das ist ja so ein Künstler, der Musik macht, so elektronische Musik und ist auf jeden Fall schon recht bekannt. Der bekommt auf jeden Fall seinen eigenen Skin. Dazu werden wir auch nochmal gleich nochmal was verlieren. Und wir haben hier ein neues Paket und zwar wird es ein Bundle geben, wo wir den Gleiter und die Spitzhacken hier bekommen können. Das sind sozusagen die überarbeiteten Versionen von den Frost-Legenden-Skins. Das sind noch die dazugehörigen Spitzhacken bzw. Gleiter. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Sieht auch meiner Meinung nach nice aus. Und ich kann es euch auf jeden Fall nur ans Herz legen zu kaufen. Wie viel das Ganze kosten wird, kann ich euch zu dem Zeitpunkt nicht sagen. Wir bekommen auf jeden Fall einen Football, mit dem wir dann sozusagen hin und her werfen können. Also ein neues Spielzeug in Fortnite. Dann haben wir hier so einen Pizzagleiter, wo dieser Käse nach oben gegangen ist. Und wir haben hier so einen Pizzaschneider links und rechts. Sieht auch schon recht interessant aus. Dann haben wir hier unten diesen Gleiter, den ich euch gezeigt habe. Wir haben hier den Spray vom Marshmallow-Skin, den wir noch erhalten werden. Wie gesagt, das ist der Skin, der halt jetzt demnächst reinkommen wird. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Dann haben wir noch ein paar Banner. Hier diese zwei, keine Ahnung von was das ist. Es wird angeblich ein neues Event geben. Dazu wird dann aber ein separates Video erscheinen. Wir haben dann ein Rückenaccessoire von diesem einen Magnettypen, der so eine Magnethand hatte. Dann haben wir hier das Rückenaccessoire von der Handwerkerin, von der Headhunterin. Und das Rückenaccessoire vom Woche 9-Skin. Wir haben hier auch auf jeden Fall zum neuen Jahr in China, gibt es ja so ein Frühjahrsevent. Da wird es auf jeden Fall hier diese Lackierung geben. Finde ich auf jeden Fall cool, gefällt mir. Mal schauen, wie das Ganze auf den Waffen aussehen wird. Wir haben neue Emotes. Hier haben wir ein Marshmallow-Emote. Also da hinten ist so ein Marshmallow-Gesicht. Wir haben dann so einen Tanz, so einen Tanz und so einen Tanz und noch so einen Tanz. Leider gibt es halt dazu keinen Namen, aber die sehen interessant aus. Mal schauen, was das für welche sein werden. Und ja, soviel auf jeden Fall schon mal vorab zu den ganzen Skins. Ihr könnt ja mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr von den Skins haltet. Vor allem, ich finde, dieser Woche 9-Skin ist mega geil. Es ist was super Extravagantes. Es ist mal kein Roboter. Denn wenn wir zurück überlegen, Freunde, bis jetzt waren es immer Roboter, die wir kostenlos erhalten haben. Und es ist mal cool, ein bisschen, ja, was anderes zu bekommen. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze noch aussehen wird. Und ja, soviel auf jeden Fall hier zu dem Video. Lass mir gerne mal einen Daumen. Da vergessen wir, wie du findest, ob du den Glocken hast. Wenn ich verriere, dann mal raus. Haut rein. Geht um die Flore. Geht um die Flore.